Herzlich willkommen! Dankeschön Volker Kugel, Direktor von Blühender Barock für die Nomination. Das freut mich ganz besonders, dass unser Partner, langjähriger Partner von Blühender Barock, wo wir die weltgrösste Kürbisausstellung gemeinsam organisieren, mich ausgewählt hat. Ich werde wiederum Renzo Blumenthal, Martin Luginbühl und Michel Beckler nominieren. Und jetzt freue ich mich. Danke Stefan! Oh!